wir haben sechs leute gerettet von 381 aber viel mehr konnten wir auch nicht retten wir hatten ja kein größeres schiff wir haben uns kein größeres schiff anvertraut wir haben ja schon die sechs alten leute davor wir sind im wien fels retten sie uns ok schilde runter leute rangebiet weiter geht's durchs wien fels der schild ist noch unten na dann wählen sie bitte wieder ihre rollen aus und wir starten natürlich die nächste mission bitte private erinnern sie mich daran die schilde wieder hochzufahren nach dem transport es ist nicht meine aufgabe sir aber ich werde sich daran erinnern ab jetzt ist es ihre aufgabe also ich wurde befördert ja wir wurden eben alle befördert außer private nein das ist jetzt nicht mehr private das ist jetzt private xulu lulu und sie sind jetzt äh corporal auf geht's auf geht's hochsternzeit 2258,193 wir haben möglicherweise eine welt für die umsiedlung der vulkania entdeckt der regierungsrat für siedlungen im graben hat uns die erlaubnis erteilt silva 4 und sein heimatsystem zu erforschen unter der bedingung dass wir alle ergebnisse mit dem rat teilen wir werden vom forschungsschiff uss huxley begleitet das ist unsere erste reise in die unbewohnten regionen des grabens kraft willkommen zurück koppel ich bringe sie auf den schiffen jups captain wie ich höre sind sie im begriff aufzubrechen bevor sie ablegen wollte ich sie daran erinnern dass sie die gesamte föderation der vereinten planeten dort draußen repräsentieren ich verlasse mich darauf dass sie unsere ideale in höchstem maße vertreten aber keine sorge sie haben das vertrauen des sternenflotten kommandos viel glück für sie und ihre crew sternenflotte ende koppel wir haben ein problem ich bin ein red shirt koppel erkennen sie unser problem unser problem sind die dame da und er sind wieder da die schnattertrinen da hinten die beiden die schnattertrinen da hinten die beiden die schnattertrinen oh die labertaschen die ganze zeit sind die beiden hier am leder irgendwelchen scheiß der nichts mit der mission zu tun hat genau guck mich nicht so dumm an hier spricht captain ufku von der uss huxley systemchecks abgeschlossen wir können los wir folgen ihnen sobald sie startbereit sind wir brauchen noch ein weich kann ich auch auf freundliche schiffe schießen du kannst auf alle schießen schießen soweit ich dem befehl gehe ich kann den taktischen offiziers retten koppel bereiten sie den warp vor ähh warp spulen werden aufgeladen captain denn wir werden jetzt das silbergebiet erkunden ausrichten kurs für warpsprung steht hier in war position einmal ausrichten spulen werden aufgeladen ja bin noch am ausrichten alles gut ja das ist halt für weiter captain diesmal haben wir wirklich lichtjahre das scheint ein bisschen weiter weg zu sein äh captain unsere schilder sind gesenkt ja das hat bestimmt der der private getan da müssen sie ihn jetzt ansprechen weil ich kann seine aufgaben jetzt nicht mehr übernehmen also für schilde ist jetzt der private zuständig könnten sie wenigstens sagen dass wir auf die turbo drücken ansonsten sind die warp ich kann sagen 3 2 1 drück aufs knöpfchen max uuuuuh uuuuh 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 unsere schilder sind immer noch gesenkt uuuuh 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 so was sollen wir denn tun wir sollen nach silber 4 reisen na dann einmal impuls vorbereiten bitte impuls antrieb ist da er ist immer da kurs steht auf ihr zeichen na dann kurs für impuls fest dann scan sie einmal den planeten bitte einmal silber 4 scannen ich dachte schon das war ein torpedor ich sende neue daten auf ihre konsole interessant silber 4 könnte in der vergangenheit bewohnbar gewesen sein aber das hat sich dramatisch verändert nun das sieht man dass das nicht mehr ganz so bewohnbar aussieht was eine nachricht dann hören sie doch mal captain mein wissenschaftler team führt planetarische tiefen scans auf silber 4 durch es wird eine weile dauern sie könnten inzwischen die verbleibenden gebiete untersuchen dann sollten wir bei ihrer rückkehr fertig dann einmal den impuls vorbereiten falls ihr nicht immer noch aktiv ist wir schauen uns mal den toten planeten wir fliegen mal zu dem geborstenen mond und reiselektor wird berechen verstanden setze kurs für impuls kraft wir sind noch am ausrichten wir sind noch am ausrichten kurs steht na dann auf geht's der hier die 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 das die die So, das ist der Mond da scheinbar neben uns. Ja, der ist ja auch schon zerspringt worden. Die Analyse zeigt lokale Hochfrequenzschwingungen um den Mond. Das beeinträchtigt die Genauigkeit der Sensoren. Ein Scan sollte möglich sein, aber vermutlich ist er von geringer Qualität. Na dann scannen Sie Private. Hast du das gehört, wenn man da deine Scans beleidigt? Oh, wir können nicht scannen. Wir sind glaube ich noch zurück. Sieht aber auch... Ich glaube, es sieht so aus, als ob ich selber fliegen sollte. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Beziehungsweise vorher sollte ich vielleicht auf die Außenkamera wechseln. Der Sturm verstärkt sich, Captain. Und laut diesen Daten wird das voraussichtlich so weitergehen. Ich gebe Ihnen eine volle Energie auf den Antrieb, Captain. Wunderbar. Ich glaube, wir sind schon in Scan-Reichweite, oder? Äh, noch nicht. Noch nicht? Nö, ich kann auch nicht scannen. Ja, dann sind es vielleicht 15. Dann fahren wir vielleicht noch mal ein bisschen. Dann jetzt bestimmt. Was ist das hier eigentlich? Unbeständiges Objekt. Das Gen des Objekts ist nicht möglich. Soll ich es beschießen? Ja, schießen Sie in eine Sonde. Äh, okay. Ich kann es mit meinem Felser nicht beschießen. Nein, hier müssten Sie eine Sonde abfeuern können. Nö. Nicht möglich, Captain. Übertrage die Daten auf Ihre Konsole, Captain. Haben Sie mal die anderen Objekte gescannt? Ist das irgendwas Spannendes? Alle gescannt. Alles nur Gesteinsbrücken. Ich glaube, das eine haben Sie noch nicht gescannt. Das sind 14 Kilometer in Entfernung. Genau. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole. Gut, hilft uns aber auch nicht weiter. Nee. Was ist das? Achso, vielleicht müssen wir bis zu der Position erst. Ja, warte mal. Kriegt der Kerl das hin? Man weiß es nicht. Probieren wir mal. Ob er das hinkriegt. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Da ist eine Mine hinter uns aufgetaucht. Vorsicht, Vorsicht. Ja, das sind diese Anomalinen. Achso. Wir explodieren auf. Schildstärke bei 44 Prozent, Captain. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Interessant. Der Mond weist Muster auf, die auf unterirdische Strukturen hindeuten, Captain. Können Sie eine langreichweiten Sonde abfeuern, weil wir... Es könnte an den atmosphärischen Interferenzen liegen. Die Sonde wurde abgefeuert. Das sind die Annahme, dass das Reliet unbewohnt ist, könnte sich als falsch erweisen. Vielleicht gibt es eine unterirdische Zielgruppe. Ja, wir haben es geschafft, glaube ich. Wir können, glaube ich, zum nächsten. Das sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt zum Asteroidenfeld. Da haben Sie doch alle Lust drauf, oder? Alles gut. Wir sind auf dem Weg hier raus, wenn er es schafft, an diesem Asteroiden vorbeizumachen. Sieht gut aus. So, ab ins Asteroidenfeld. Das ist doch viel mehr Spaß. Spaß, Spaß, Spaß! Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsbahn. Was haben wir denn hier? Signalquelle und eine Anomalie wieder. Wir erfassen Spursignale aus dem Inneren des Feldes. Leidet zu schwach zum Entschlüsseln. Könnte eine Art Notsignal sein. Dann suchen wir doch mal die Quelle des Signals. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Ich stelle wieder bei 100% Käpt'n. Sehr gut. Oh, das fliegt doch da vorne. Lassen wir mal kurz gucken, was das ist. Das ist doch irgendeine Sonde oder so. Übertrage die Daten auf Ihre Konsole, Käpt'n. Wärme. Fliegen in die Anomalie, Wettengestellten. AI-AI, Käpt'n. Korrigiere auf neuen Kurs. Ah, ah, ah. Das ist die Quelle des Signals. Es scheint ein Notsignal gewesen zu sein, aber das Signal ist jetzt viel zu schwach, um noch von irgendeinem Nutzen zu sein. Vielleicht wurde es von den Umgebungsbedingungen überlagert. Was haben wir denn hier alles um uns herum? Was haben wir denn hier? Wir sind bald in Scann-Reichweite, ein bisschen haben wir noch. Achso, wir sind immer noch auf der Kamera, oder? Ne, das ist auch nur so nah vor uns. Es sieht einfach sehr groß aus. Ja, wir müssten jetzt in Reichweite sein. Antriebe anhalten. Oh, wir haben es schon gescannt, naja. Und dann auf in den Nebel. Ja, das war es schon. Ja. Beide bereit, 3, 2, 1, go, wuuuuh. So, dann machen wir den hier auch. Dieser Nebel weist eine sehr hohe Konzentration Ionen geladener Partikel auf. Bleiben wir innerhalb des Partikelfeldes, hat das negative Auswirkungen auf die Schilde. Sie haben es gehört, Captain. Wir sollten eine Sonde absetzen. Ich soll in die Anomalien fahren, natürlich. Was haben wir denn da auf? 65 Kilometer, ein Stück, ein Stück entfernt. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole, Captain. Die Sonde hat ein Schiff entdeckt, Captain. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Warum sind ein Schiff entdeckt? Alle Aktivitäten auf Standard-Subraumfrequenzen. Aber wir sollten das vielleicht besser überprüfen. Da hinten, ja, weil ich ja hier auf dem Weg hinsehe. Alles gut. Da waren wir schon auf dem Weg hin. Wir können mal... ...volle Kraft voraus. Ich glaube, ich muss Sie enttäuschen. Wir müssen, glaube ich, durch die Anomalie durch. Also, halten Sie die Schilde. Schilde auf maximaler Leistung. Uben. Vor allem, da das Schiff sich auch mitten in einer Anomalie befindet. Wir betreten die Anomalie. Guck mal, die schnattern schon wieder neben Ihnen. Höchstlicherweise, sein Audio kommt bei der Position, wo er steht. Also, eigentlich steht. Komm, bei mir höre ich halt nur rechts. Sie haben die Animation eingebaut, aber sie waren zu faul, die Audioquelle mitzunehmen. Vielleicht schaut er sogar um, die Anomalie rumzufliegen. Aber auch nur fast, glaube ich. Schiff hat gescannt. Nice. Gucken wir doch mal, was wir da drauf finden. Ich glaube, er fliegt sogar größtenteils drumherum. Das ist ein guter Pilot. Ja, das ist genauso am Rand. Jetzt ist er ein bisschen dran. Was sagte meine Konsole? Nix. Er ist verschlüsselt, aber über das Fernzugriffssystem sollten wir rankommen. Das hört sich nach einem Job für Sie an, Corporal. Jetzt hört er sich nach Hacken. Der taktische Offizier ist bereits im Systemzugriff. Na, dann wird er das auch hinkriegen. Entschuldigung. Nix. Nix. Kannst du ja machen. Kannst du auch machen. Nix. 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 So, können wir schon scannen oder müssen wir näher ran? Nee, ich muss auch näher ran. Muss man da hin. Dann schicken wir mal näher. Nix. Was hier los? Wir müssen das Kommunikationssystem stören einmal. Und dann, sie haben es gehört, einmal zerstören, Private. Wunderschön. Sie haben es zerstört. Feindschiff nähert sich. Feindschiff nähert sich. Hinter uns. Ei, ei. Bleiben an ihnen dran. Folgen. Energie, der auf voller Schilder, äh, schildert auf voller Energie. Fliegen aus der Anomalie. Folgen dem Ziel. Folgen, können Sie ja mal das feindliche Schiff skinnen. Das ist schon, sehe ich, wunderbar. Dann können Sie ja einmal seine Waffen hacken. Kapitän, Nachricht von der Huxley, über die Notfallkanäle. Aegis, wir werden von zwei Schiffen angegriffen. Wir brauchen sofortige Hilfe. Wo reichen die Anomalie? Nun, wir lassen das Schiff in Ruhe. Wir müssen los. Impulsantrieb vorbereiten. Alles gut, wir sind auf dem Weg ins nächste Gebiet. Unseren Kollegen helfen. Wir sind schon auf dem Weg. Wir müssen runterfahren, wenn du Leute transportieren musst. So, wo sind denn hier die Böse Wichte? Wir haben zwei feindliche Schiffe. Kommen wir uns vielleicht erst mal um das Kleine. Nein, Kapitän. Bleiben an ihnen dran. Gut, Schilder sind wieder oben. Sie versuchen, sich zurückzuziehen. Ich aktualisiere Ihre Konsolen. Voll. Feuer frei. Deren Hülle noch 20%. Das kriegen wir ja wohl hin. Ich schilder bei 80%. Ja, deren nur noch bei 40%. Feiern Sie weiter drauf los, Private. Die Phaserbank ist unter dem Aufladen. Die Schifffrequenz wird gestört. Wir haben bereits volle Energie auf den Phasern. Ja, ich bin auch hier auf dem Phasern. Wunderbar, wir haben es geschafft, alles gut. Kümmern wir uns um den anderen. Das ist Fleet scheinbar. Wir werden beschossen. Wir sehen mehr Energie auf die Schilde vielleicht. Leite Schild Energie um. Sonst hackt mal Ihre Waffensysteme wieder. Die scheinen ja hier gerade noch nicht mehr abzuhauen. Ja, und noch 7%. Ein Phaser, dann haben wir es. Wunderbar. Die Huxley hat es erledigt. Dann gucken wir mal, ob wir denen helfen können. Warnung. Außerhalb der Schafter. Die Huxley ist sicher. Danke für die Hilfe, Aegis. Aber ich fürchte, wir brauchen noch mehr. Wir haben Schäden auf mehreren Decks und unsere Navigationssysteme sind ausgefallen. Wir müssen schleunigst zurück nach Edinov. Aber wir können den Kurs nicht berechnen. Wenn Sie vorausfliegen, können wir Ihrer Warp-Signatur folgen, glaubt unser Chef-Ingenieur. Das kriegen wir hin. Können wir nicht unseren Chef-Ingenieur rüber teleportieren? Koppel, Sie würden das doch hinkriegen, sicherlich, ne? Äh, vielleicht nicht. Na dann kehren wir einmal nach Edinov zurück. Einmal den Warp-Antrieb vorbereiten, bitte. Warp-Spulen werden aufgel... werden... werden... aufgeladen. Wunderbar. Wir richten uns schon mal aus. und jetzt... Auf 3 heben wir alle die Hände. 3, 2, 1... Private, gucken Sie mal her. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Wir haben hier einen Frachter gesichtet. Zwei Frachter sogar. Und scheinbar haben wir unsere Mission erfolgreich erledigt. Scheint so. Ein schönes Solarpanel haben wir hier. Hundertprozent füllt in SIGITÄT. Sehr schön. Und nur sechs abgefeuerte Torpedos. Ich glaube meine Batterien sind schon rot, aber wir schaffen vielleicht noch eine Mission.